Prinz Harry, Palast-Insider über 30 Minuten Besuch bei Charles, er war enttäuscht. Prinz Harry kehrte heim, für rund 30 Minuten. Das Treffen mit König Charles III. soll jedoch aus gutem Grund nur so kurz gedauert haben. Familienbesuch, Sorge um König Charles. König Charles III., 75, hat Krebs. Damit schockierte der Buckingham-Palast nicht nur die königliche Familie und die royalen Fans, sondern auch Prinz Harry, 35. Kein Wunder, dass der Exilprinz kurz nach der Bekanntgabe aus den USA nach London anreiste. Von langer Dauer war der erste Besuch des Prinzen bei seinem Vater, jedoch nicht 45 Minuten sollen es anfänglich gewesen sein. Laut Royal-Experte Robert Jobson soll es sogar nur eine halbe Stunde gewesen sein. In der sich einige um den gesundheitlichen Zustand des Monarchen gefürchtet haben sollen. Prinz Harry, Blitztreffen anstatt Krisenmeeting. Man will nicht, dass sein Blutdruck steigt, erklärte der Experte gegenüber The Sun. Belastende Themen in einem Gespräch mit Harry könnten den König aufregen. Und das sollte bei seinem aktuellen gesundheitlichen Zustand vermieden werden. Laut einem Insider soll dies auch dem 39-Jährigen zu Beginn mitgeteilt worden sein, dass es sich bei dem Meeting nur um ein Blitztreffen handeln wird. Die Angst, dass aus dem gut gemeinten Besuch ein weiteres Krisentreffen wird, soll vor allem für Königin Camilla, 76, zu groß gewesen sein. Die Konsequenz. Ein kurzes Treffen. Laut dem Insider soll der Prinz diesen Umstand jedoch anstandslos akzeptiert haben. Ich glaube, er versteht, dass sein schwer kranker Vater jetzt Ruhe braucht. Aber insgeheim dürfte er enttäuscht gewesen sein. Schließlich ist er extra aus Kalifornien für dieses Treffen angereist. Er klärte die Palastquelle weiter. Neben der Panik um die Gesundheit des 75-Jährigen soll König Charles III. auch einfach kein Vertrauen mehr in seinen Sohn haben. Schuld daran sind Harrys Enthüllungen in seinen Memoiren Spare oder in diversen Interviews. Unter diesem Misstrauen soll der König laut der Quelle sehr leiden. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020